Alles klar, Runde 2. Neues Glück. Ein paar Leute sind weg, aber das ist ja egal. Wir haben uns an Spaß. Und diesmal auch ohne irgendwelche Fails, hoffe ich. Und diesmal, äh, sollte das direkt klappen. Nordop macht diesmal einen besseren Countdown als vorher. Der vorher war ja nicht so toll. Passtiert sich als einziger nicht gemütet, sehe ich auch gerade. Ist der AFK. Loi. Schaut heute erstmal, ist mir viel zu spät dran. Soviel zu, keine Fails. Soviel zu, keine Fails. What the fuck. Oh ja, ein 20er Countdown. Wie exquisit. Alles klar, diesmal versuche ich eine Kiste in der Mitte zu bekommen. Nein, kein Bock. Vier, drei, zwei, eins und Schalter. Noch passiert nichts. Und direkt nach oben. Nein, hoch. Da ist eine Kiste gewesen. So, jetzt lauf ich direkt zu dem Hangar da hinten. Hin, denn da war Domse vorher und Domse wusste, wo die Kisten sind, glaube ich. Deswegen gebe ich da jetzt mal einen Vollsprint hin. Verfolgt mich irgendwer. Nope. Redline ist da. Oh, man. Dann ruhig ich mir die Kiste wieder da hinten, die ich vorhin hatte. Ist hier irgendwas? Oh, da ist tatsächlich eine Kiste im Flugzeug drinnen. Leather Cap und ein Cookie. Ich habe kurz Pissschutz muss aufs Klo. What the fuck. So, gleich muss ich auch was essen. Und da ist Eddie schon wieder tot. Krieg mir da wieder Rage händen. So, egal. Jetzt habe ich wieder mein Goldschwert. Ist auf jeden Fall schon mal bestens für den Anfang. So, in die Richtung war irgendwo eine Kiste. Das weiß ich auch noch. In der letzten Runde. Ich laufe einfach genau die gleiche Route nochmal. Die war zwar nicht so erfolgreich, aber... Naja, besser als gar nichts. Hier weiß ich wenigstens, wo ein paar Kisten sind. Hier hinten war das. Und dann bin ich hier hinunter und dann war die... What the fuck, wo war die? Hier? Nein. Lol. Warte. Ich war hier. Oder war ich hier? Ich war hier. Oh shit. Wo in aller Welt war diese Kiste? Hier war irgendwo einer Boden. Aber wo genau? Hä? Orientierungsverlust. What the fuck? Bin ich erst weiter hinten hoch? Nein, ich bin da hoch, oder? Lol, lol, lol. Ach, hier war die. Na, gibt doch die Gliederboots. Das ist schon mal ein Stückchen besser als letztes Mal. Denn da hatten wir noch keinen Chain Helmet. Den ich diesmal am Start bekommen habe. Nein. Boah, Vorsicht. Ich weiß noch nicht, ob ich das Ganze jetzt in einem Video mache oder zwei. Aber das werden wir ja dann sehen. Beziehungsweise ihr werdet es ja sehen. Das große Gebäude da ist vielleicht wahrscheinlich auch was drinnen. Oh, oh. Oh, lol, der hat eine komplette Eisenrüstung. Wirst du mich eigentlich nutzen? Geh weg. Und wieder den geilen Treejumper, den ich hier vorhin auch schon gemacht habe. Oh, oh. Ich habe Angst, nach hinten zu gucken. Ja, er ist definitiv hinter mir. Ich weiß nicht, wer das ist. Aber ich muss laufen. Das weiß ich. Was geht denn da vorne ab? Sind das die Toten? Hallo, Norob. Oh, der ist immer noch hinter mir. Würde es sich lohnen, die ganze Zeit einfach im Kreis zu laufen? Er hat von mir abgelassen, so wie es aussieht. Nee, der ist da immer noch. Gibt es doch gar nicht. Stop chasing me. Wer ist das da? Alter. 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 Alter.